2. Thessalonischer 2 Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich lese ein paar Verse aus 2. Thessalonischer 2, geht es nochmal um den dritten Tempel. Da schreibt Paulus, lasst euch niemand verführen in keinerlei Weise, denn er kommt nicht, es sei denn, dass zuvor der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der Sünde, das Kind des Verderbens. Der da ist der Widersacher und sich überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, also dass er sich setzt in den Tempel Gottes als ein Gott und gibt sich aus, er sei Gott. Diese Stelle wird von gängigen evangelikalen Predigern immer auf den dritten jüdischen Tempel ausgelegt, den die Juden noch in Jerusalem bauen wollen. Und das müssen sie auch so tun, weil die meisten von ihnen an eine Vorentrückung glauben. Wenn nämlich hier nicht ein jüdischer dritter Tempel gemeint ist, sondern die Gemeinde Jesu Christi, dann würde das ja bedeuten, dass die Gemeinde Jesu Christi irgendwie mit dem Antichrist noch zu tun bekommt. Denn Paulus sagt da, dass sich der Antichrist in den Tempel Gottes setzt. Das Problem bei der ganzen Sache ist jetzt die, dass Paulus, wenn er vom Tempel Gottes schreibt, immer im Neuen Testament die neutestamentliche Gemeinde Jesu Christi meint und nicht Israel und nicht sonst etwas. Wenn Paulus vom Tempel Gottes schreibt im Neuen Testament, schreibt er immer von der Gemeinde Jesu. Denn dort, wo Gott wohnt, da ist sein Haus, da ist sein Tempel. Und Gott wohnt durch seinen Geist, durch den Glauben in seinen Gläubigen. Deswegen ist jeder einzelne Gläubige ein Tempel Gottes. Und die Gemeinde in Gänze ist auch der Tempel Gottes. Und zwar durchgängig im Neuen Testament, egal wo ihr lest, Wenn Paulus vom Tempel schreibt, schreibt er immer von der Gemeinde Jesu. Das ist der Tempel, der wahre Tempel, der wahre dritte Tempel, der im Geist und in Wahrheit gekommen ist, der begonnen hat in Jerusalem, dann zu den Heidenvölkern ging und am Ende der Zeit wieder zurückkommt. Wenn man diese Art der Formulierung aber hier auf 2. Thessalonischer 2, Vers 4 überträgt und dann sagt, dass der Antichrist sich in den Tempel Gottes setzt, dann müsste sich ja der Antichrist in die Gemeinde Jesu Christi hineinsetzen oder dort einsetzen. Da steht ja nicht, dass er sich dort hinsetzt, sondern dass er sich dort einsetzt als ein Gott und gibt sich aus, er sei Gott. Weil man das aber nicht will, dass die Gemeinde Jesu Christi mit dem Antichristen noch in irgendeiner Art und Weise in Kontakt treten würde, weil man an eine Vorentrückung glaubt. Deswegen muss man diesen Bibelfers auf einen jüdischen Tempel auslegen, auf einen jüdischen sogenannten dritten Tempel, den die Juden in Jerusalem noch bauen wollen, und zwar einen herodianischen Tempel, wobei Herodes ein Edomiter war. Das sind alles schreckliche Widersprüche, die sich da ergeben. Die kommen aber daher, dass man der Vorentrückung anhängt und sagt, die Gemeinde wird vor der Trübsal entrückt und hat mit dem Antichristen nichts mehr zu tun. Und um diese Theologie oder Theorie aufrechtzuerhalten, muss man die Formulierung von Paulus, den Tempel Gottes, den er sonst immer für die Gemeinde Jesu verwendet, hier umdeuten, das ist das Gravierende, umdeuten auf einen jüdischen Tempel. Damit vertauscht und verwechselt man dann aber die Gemeinde Jesu mit einem jüdischen Tempel. Und das ist gravierend. Da wird man lieber jüdisch, als dass man die Vorentrückungslehre fallen ließe. Aber Paulus verwendet den Tempel Gottes, diesen Begriff, immer für die Gemeinde Jesu. Paulus hat nicht mehr von einem jüdischen Tempel geschrieben, auch nicht für die Endzeit. Paulus hat, wenn er von dem Tempel Gottes schreibt, immer die Gemeinde Jesu gemeint. Aber die Ausleger heute müssen dann eigentlich sagen, also der Paulus, der hat hier irgendwie sich vertan oder geirrt oder hat den falschen Begriff verwendet, weil er müsste eigentlich den Tempel nehmen oder müsste eigentlich schreiben, dass der Antichrist sich in den Tempel in Jerusalem setzt, den die Juden noch bauen wollen. Was ich damit sagen will, ist, hier wird eine Theologie über Gottes Wort gestellt. Und zwar eine Theologie der Vorentrückung. Weil es in der Vorentrückung so ist, dass die Gemeinde Jesu mit dem Antichristen nichts mehr zu tun hat oder zu tun haben soll, deutet man diese Verse um. Das ist der Grund dafür, warum man das hier anders auslegt und warum man hier einen jüdischen Tempel einsetzt. Der jüdische Tempel kann nicht der Tempel Gottes sein. Warum nicht? Weil wenn die Juden einen Tempel bauen sollten, was ich nicht weiß, kann sein, sie bauen noch einen, kann sein, sie bauen keinen. Wenn sie einen Tempel bauen sollten, wird dieser Tempel nach alttestamentlichem Ritus betrieben. Das heißt, dort werden blutige Opfer gebracht. Und diese blutigen Opfer widerstreben und widerstehen dem Opfer Jesu Christi auf Golgatha. Damit kann der Tempel überhaupt nicht der Tempel Gottes sein. Denn Gott anerkennt kein anderes Opfer mehr, auch nicht ein mosaisches Opfer, in einem angeblichen Tempel in Jerusalem, den die Juden dort betreiben, nachdem er seinen Sohn geopfert hat für uns. Wenn dort ein Tempel gebaut werden sollte von den Juden und die dort einen Hohen Priester installieren, dann ist dieser Priester ja ein Konkurrent zu unserem ewigen Hohen Priester Jesus Christus, der nicht nur für uns Christen Hohen Priester ist, sondern auch für die Juden Hohen Priester sein will, den sie aber ablehnen. Wenn aber dort ein Hohen Priester eingesetzt wird, dann kann Gott Vater den überhaupt nicht anerkennen als Hohen Priester, weil sein Sohn Jesus Christus ein ewiger Hohen Priester ist, nach der Ordnung Melchisedex. Und auch unser hoher Priester Jesus Christus ist ein Priester nach der weisen Melchisedex. Und wir können keinen anderen Hohen Priester daneben mehr anerkennen. Und Gott wird auch keinen jüdischen Heilsweg mehr anerkennen. Das hat er ja deutlich gemacht im ganzen Neuen Testament und sogar im Alten Testament schon. Also hier auszulegen, dass es bei dem Tempel Gottes um einen jüdischen Tempel in Jerusalem ginge und dass man ja schon die Steine überall vorrätig hat und die Priesterschaft schon ausgebildet ist und all diese ganzen Sachen, das ist vollkommen unerheblich. Es geht darum, was die Bibel sagt, was Gottes Wort hier sagt. Und Paulus sagt deutlich, dass der Tempel Gottes die Gemeinde Jesu ist. In diesem Vers geht es darum, dass Jerusalem in der Endzeit wiedergeboren wird. Wenn die 70. Jahrwoche beginnt, die 70. Jahrwoche beginnt mit dem Tag der Wiedergeburt Jerusalems. Und wenn Jerusalem dann wiedergeboren ist, dann ist im Tempel Gottes die Priesterschaft wieder da und zwar eine Priesterschaft im Geist und in Wahrheit. Wiedergeborene Juden, die an Jesus Christus glauben und die sein Evangelium verkündigen, aus Jerusalem heraus. Und wenn ihr Israel anschaut, dann ist Israel deswegen ein heiliges Land, weil das Land Israel aufgebaut ist wie der Tempel. Der Norden Israels ist wie der Vorhof. Judah ist wie das Heiligtum und Jerusalem ist wie das Allerheiligste. Und der Altar ist der Berg Zion. Und auf diesem Altar wurde Jesus gekreuzigt. Das heißt also, der Tempel, der hier beschrieben wird vom Paulus, das ist ein Tempel, der im Geist und in Wahrheit gilt, wenn Jerusalem wiedergeboren sein wird. Und in diesem Tempel, in Anführungsstrichen, nämlich in die Stadt Jerusalem, in der eine geistliche Priesterschaft drin ist, da wird sich der Antichrist hineinsetzen. Der wird dort einbrechen in die Stadt. Der wird die alle töten. Das ist der Gräuel der Verwüstung, der dort angerichtet wird. Und dann wird er sich selber zum Gott einsetzen im Tempel Gottes. Das ist derselbe Gräuel, der im Alten Testament schon von dem Doeg beschrieben worden ist, der die Priesterschaft getötet hat. Das ist alles im Alten Testament schon enthalten. Aber hier einzusetzen, dass es ein dritter Tempel der Juden wäre, den Paulus hier meinte, dass dieser Tempel unbedingt noch gebaut werden müsse, weil sich sonst der Antichrist hier nicht reinsetzen kann. Das kommt eigentlich daher, weil man der Vorentrückung hold ist. Und deswegen muss man hier abstreiten, dass der Tempel Gottes an der einzigen Stelle, die Paulus hier im Neuen Testament verwendet, angeblich, oder die einzige Stelle ist, von den vielen, die Paulus im Neuen Testament verwendet, die einzige Stelle wäre, die von einem jüdischen Tempel sprechen würde. Das empfinde ich als gravierend. Das heißt also, jemand, der an die Wiedergeburt Jerusalems glaubt, der kann eigentlich, oder muss eigentlich die Lehre der Vorentrückung damit fallen lassen. Denn der Anfang der Gemeinde Jesu waren ja Juden in Jerusalem zu Pfingsten vor 2000 Jahren. Und das Ende der Gemeinde Jesu, hier fliegt ihr in so ein Flieger rum, das Ende der Gemeinde Jesu, das ist, wenn Jerusalem in der Endzeit wiedergeboren werden wird. Und zwar endet dann die Gemeinde Jesu genau dort, wo sie angefangen hat. Sie hat vor 2000 Jahren zu Pfingsten in Jerusalem angefangen und sie endet auch wieder in Jerusalem. Und dazwischen gab es die große Menge der Heidenchristen, Christen aus den Nationen, aus aller Welt, die an Jesus Christus geglaubt haben. Aber am Ende der Zeit gibt Gott dieser Stadt auch nochmal Gnade. Die Königsstadt Gottes, der die Verheißung geschehen ist im Alten Testament, wird in der Endzeit in Wehen kommen, wovon Jesus spricht, Paulus spricht, Petrus spricht, die Psalmen sprechen, Misha spricht, Jesaja spricht, Jeremia spricht davon, die Tochter Zion wird in der letzten Zeit in Wehen kommen und wird gebären. So ist das prophetische Bild und das übertragen ins heutige Deutsch heißt, die Stadt Jerusalem, die Tochter Zion, kommt in Wehen, wird belagert und gebiert. Wiedergeburt in Jerusalem, Menschen kommen zum Glauben an Jesus Christus und werden wiedergeboren. Und das ist dann der wirkliche Tempel Gottes. Der hat begonnen zu Pfingsten vor 2000 Jahren in Jerusalem und er wird auch dort wieder enden. Und wenn wir ganz genau sein wollen, hat er angefangen mit Jesus Christus. Warum? Weil in Christus die Fülle der Gottheit leibhaftig gewohnt hat. Da, wo Gott wohnt, ist sein Haus. Deswegen ist der Leib Jesu ein Tempel gewesen. Und deswegen sagt Jesus auch in Johannes, ich glaube Kapitel 2, brecht diesen Tempel ab und er zeigt er auf sich, auf seinen Leib und ich will ihn in drei Tagen wieder aufrichten. Er sprach aber vom Tempel seines Leibes. Und weil dieser Tempel aus den Gläubigen aus der ganzen Welt und den Gläubigen an Christusgläubigen aus Israel und Jesus Christus selber besteht, deswegen sind wir ein Leib oder auch ein Tempel im Heiligen Geist. Das ist das, was das Neue Testament lehrt. Und hier zu sagen, es handele sich um einen jüdischen Tempel, den die Juden noch bauen wollten und die Baumaterialien seien alle schon fertig und so weiter, das sind so Scheinargumente, die aber eigentlich keine Rolle spielen, denn es zählt das Wort Gottes. Wenn man einen Baum fällen will und da bin ich gerade bei, einen Baum zu fällen, dann kann man natürlich die einzelnen Äste abschlagen. Aber besser ist, man sägt am Stamm, dann fallen die Äste mit. Diese Auslegung über den dritten Tempel und über die Gemeinde und über den Zeitpunkt der Entrückung verästelt sich in vielen Aussagen im Neuntes, damit die auch alle dort im Detail behandelt werden. Aber das sind alles Nebenpunkte, das sind Verästelungen dieser großen Lehre, die hier auch von Paulus ist, von der Gemeinde Jesu Christi und von dem Tempel Gottes, der dort in Jerusalem kommen wird in der letzten Zeit. Also die ärgert mich aber wirklich hier, sorry, von diesem Tempel, der kommen wird in der letzten Zeit. Und wenn Jerusalem wiedergeboren wird, dann ist die Stadt Jerusalem ein Tempel Gottes im Heiligen Geist. und zwar physisch, also geografisch lokalisierbar und geistlich, weil die, die dann noch drin sind in der Stadt Jerusalem, die sind Priester Gottes, so wie wir auch, weil sie wiedergeboren sind, weil sie an Jesus Christus glauben. Ich empfinde das als gravierend, dass man an diesen Dingen da festhält und mir ist heute eigentlich so auch bewusst geworden, was der Grund ist dafür, warum das sie nicht anders anerkennen, warum den Tempel Gottes hier unbedingt auf dem jüdischen Tempel auslegen muss, weil sonst das ganze Gebäude der Vorentrückung zusammenfällt. Deswegen sind wir hier am Stamm und ich erlaube mir, da etwas dran zu sägen, weil mir geht es nicht um die Theologien und Theorien, mir geht es nicht um die Auslegungen und die Ausleger. Ich höre die gerne an, aber ich vergleiche das immer mit der Schrift und Sola Scriptura, allein die Schrift, allein der Glaube, allein die Gnade, allein Jesus Christus. Daran halten wir fest, denn das allein trägt uns, bis er kommt, auch in so Zeiten wie jetzt. Euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald. Geist, Gott, 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 Untertitelung des ZDF, 2020